Willkommen zu meinem Vortrag zu OpenStreetMap und Wikidata auf dem Weg zu Linked Open Geodata. Kurz zu mir, mein Name ist Michael Mayer, ich studiere seit vielen vielen Jahren an der Theo Graz Telematik, die Jahreszahl schreibe ich nicht dazu. Seit 2010 beschäftige ich mich als Hobby mit OpenStreetMap, habe dann bald angefangen Vorträge zu OpenStreetMap zu halten, leite seit 2011 den Stammtisch in Graz. Die Community ist in Graz, sage ich mal, sehr aktiv. Wir haben nicht nur eine der OpenStreetMap in Graz professionell macht. Ich selbst finanziere mein Studium und nehme einiges mit OpenStreetMap und werde dann auch, sobald ich fertig bin, versuchen in dem Bereich selbstständig tätig zu bleiben. Ich habe vorhin gesagt, linked Open Data. Was ist Linked Open Data? Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web, schlägt eine Fünf-Sterne-Klassifikation für Open Data vor. Ein Sternchen gibt es, wenn man seine Daten irgendwie ins Netz stellt unter einer offenen Lizenz, sodass sie jeder verwenden darf. Machen wir in der OpenStreetMap mit der OpenDatabase License. Zwei Sternchen gibt es, wenn man seine Daten nicht nur als PDF oder als Scan einer Papierkarte ins Internet stellt, sondern irgendwie strukturiert, sodass es maschinenlesbar wäre. Machen wir. Drei Sternchen gibt es, wenn man dafür kein proprietäres Format wie zum Beispiel Shapefile verwendet, sondern ein dokumentiertes Format, das offen spezifiziert ist. Machen wir in der OpenStreetMap. Vier Sternchen gibt es, wenn man URIs verwendet, um auf seine einzelnen Datensätze mit einem Unique Identifier im Internet zugreifen zu können, sodass man Änderungen verfolgen kann, dass man jeden einzelnen Datensatz auch verlinken kann. Machen wir ein wenig, jeder kennt die Links in der OpenStreetMap osm.org.node.id. Ja, wie wir wissen, ändern sich diese hin und wieder. In der Spezifikation für den vierten Stern steht auch noch, man sollte wenn möglich RDF verwenden. RDF steht für Resource Description Framework, ist ein Standard, um Daten in einem Triple Format, Objekt, Prädikat, Subjekt darzustellen. Es gibt einen Dienst namens linkedgeodata.org, der wandelt die OpenStreetMap-Daten in so ein RDF-Format um, ist nicht immer ganz stabil, habe ich auch selbst nichts damit zu tun. Und das fünfte Sternchen für komplett linked open data gibt es, wenn man von seinen Daten zu anderen Daten linkt und auch andere Daten zu einem linken. Der erste Schritt in dem Ding, um von OpenStreetMap nach anderen Daten zu linken, würde ich in Wikidata sehen. Ja, schauen wir uns an, was ist Wikidata? Wikidata ist ein Projekt der Wikimedia Foundation, ist eine frei Wissensdatenbank, wurde 2013 von der Wikimedia Deutschland released, die haben da irgendwie die Schirmherrschaft drüber. Die Wikidata steht unter der Lizenz Creative Commons Zero, 1.0, das heißt Public Domain. Jeder darf die Daten ohne Einschränkung verwenden. Jeder kann mitmachen mit seinem Wikipedia Account. Egal ob man einen Account bei Wikimedia Commons, bei Wikidata oder bei Wikipedia hat, damit darf man Wikidata editieren. Und was Wikidata noch hat, im Gegensatz zu Wikipedia, darum habe ich es ganz gerne. Sie haben sehr niedrige Relevanzkriterien. Ich glaube besonders die Deutschen kennen die Problematik mit der deutschen Wikipedia, dass halt sobald ein Artikel nicht relevant ist, wird der Kommentar losgelöscht. Das wird einem auf Wikidata nur sehr sehr selten vorkommen. Und es gibt derzeit noch keinen Sichtungsprozess, das heißt alles was ich rein stelle, kann ich sofort live verwenden. Warum Wikidata? Was sind die Gründe? Wikidata wurde als erstes gegründet, um die Interwiki-Links in der Wikipedia zusammenzuführen. Wenn man einen größeren Wikipedia-Artikel hat, gibt es da Sprachversionen in 20 bis 100 verschiedenen Sprachen. Vor Wikidata wurde jede Sprache auf jeder Sprachversion einzeln mit allen anderen Sprachen verlinkt. Das heißt, sobald ich einen Artikel in Burundi übersetzt habe, musste ich das auf allen 100 anderen Seiten den Link manuell setzen. Okay, dafür braucht es was. Das wurde Wikidata. Ist erledigt. Inzwischen wurden alle Wikipedia-Artikel auf das Wikidata-Link-System umgestellt. Der zweite Grund für Wikidata war, wenn ich einen Wikipedia-Artikel in 100 Sprachen habe, der zum Beispiel über eine Stadt handelt wie München. Sobald sich die Einwohnerzahl von München als der nächsten Zählung oder der Bürgermeister ändert, muss ich in allen 100 Sprachversionen den Bürgermeister, die Einwohnerzahl und alle anderen Werte ändern. Wäre es dann nicht schön ein Template zu haben, dass das in allen Sprachen automatisch updatet? Ja, macht Wikidata. Allerdings dauert der Umstellungsprozess wesentlich länger und ist erst bei wenigen Dingen im Gange. Bei den Fußballern funktioniert es schon. Wenn man Sportler hat, da haben die Sportfreaks bereits alle Daten, Geburts, Jahr und so weiter in Wikidata zu den Sportlern eingetragen und dann die Templates angepasst in der Wikipedia. Und als weiteres großes Ziel, was sich daraus ergibt, da es ja schon eine Datenbank für Fakten gibt, eine weltweit freie Fakten-Datenbank schaffen, wo jeder Fakten zu jedem Objekt eintragen kann. Google hatte sowas auch, das nannte sich Freebase und sobald Wikidata dementsprechend ausgereift war, hat Google die Freebase geschlossen und alle Daten nach Wikidata importiert. Und an den Schaffen der Fakten-Datenbank wird immer noch fleißig gearbeitet, das ist ähnlich wie OpenStreetMap. Man ist nie fertig. Zum Datenmodell in der Wikidata. Das Datenmodell ist selbst generiert. Es gibt in der Wikidata Dinge und Eigenschaften. Ein Ding, ein Item hat immer eine sogenannte Q-Nummer. Zum Beispiel der Mount Everest hat die Nummer Q513. Q2 ist die Erde und die Q-Nummer werden aufsteigen vergeben, gleich wie bei uns die IDs. Und diese Dinge werden mit Eigenschaften sogenannten Properties verknüpft. Properties haben keine Q-Nummer, sondern eine P-Nummer. Die Eigenschaft ist eine, ist zum Beispiel P31. Das heißt sage, ich bin ein Mensch. Ich habe P31 Mensch in Wikidata. Und Aussagen dienen dazu, Statement, also Statement ist das englische Wort, von Objekten mit ihren Eigenschaften zu verknüpfen. Zum Beispiel Mount Everest Q513 ist eine P31 Berg Q8502. Wie sieht jetzt so eine Aussage im Detail aus? Ist nicht ganz so einfach, ist etwas komplexer. Das Außentrum herum, das ganz große Ding nennen wir Aussage. In so einer Aussage ist das Objekt, das ist dieses Landen hier. Das ist das Objekt, um das es geht. Dann gibt es das blaue, ist das Statement. Das ist die Aussage zu diesem Objekt. In diesem Statement gibt es das rote, das ist sogenannte Claim, die Behauptung. Eine Behauptung behauptet irgendwas und stützt sich dabei auf eine Referenz. Referenzen sind in Wikipedia ganz wichtig. Ähnlich ist es bei Wikidata. Das heißt, wenn geht, welche möchte ich bitte eine Aussage mit einem Referenz belegen. Zu einer Aussage gibt es dann noch eine Aussage, hat immer eine Property. Ich sage etwas Bestimmtes aus, diese Eigenschaft. Zum Beispiel sage ich aus, die Aussage, die Eigenschaft Population des Objekts Landern ist in dem Fall ein gewisser Wert. Werte können unterschiedliche Datentypen annehmen. Diese Werte sind allerdings nicht wie bei der OpenStreetMap einfach FleaStacks, sondern werden strict getypt. Die können entweder Objekte sein. Das heißt, ich bin ein Bürgermeister, einer Stadt. Und die Stadt ist jetzt nicht ein Namen String, sondern wieder ein Objekt im Wikidata. Ich kann da als Eigenschaften Zeiten geben. Zum Beispiel ist geboren am. Oder in dem Fall ist die Eigenschaftswert Zahl Population. Und ich kann zusätzlich noch zu jeder dieser Claims Qualifiers dazugeben. Das heißt, ich kann sagen, das gilt von bis bei der Aussage Population die Methode, wie es erhoben wurde. Es gibt natürlich auch andere Methoden Dinge zu erheben, könnte offiziell eine Volkszählung sein oder was auch immer. Aber das heißt, ich kann jede Aussage mit Qualifiers zusätzlich anreichern. Ganz praktisch ist zum Beispiel bei Namen von Objekten. Viele Objektnamen ändern sich mit der Zeit. Wir wissen das in der OpenStreetMap. Straßen und Plätze werden umbenannt. In Wikidata kann ich das mit Aussagen belegen. Und ich kann einen Qualifier dazugeben, der Hauptplatz hieß von 1938 bis 1945 Adolfplatz. Das wäre ein Beispiel. Und danach wurde er wieder umbenannt. Und so kann ich die Geschichte eines Objektes anhand mehrerer Aussagen, die auf dasselbe Objekt verweisen, nachvollziehen. Und gelten tut auch immer das Aktuelle. Qualifaktoren habe ich schon gesehen. Und Referenzen ebenso zu jeder Aussage. Ich kann jetzt jede einzelne Aussage, ich könnte auch zum Beispiel zu diesem Point in Time wieder eine Referenz hinzufügen. Ich kann jede Behauptung mit einer Referenz hinterlegen. Ich kann jedes einzelne Objekt in diesen 1, 2, 3, 4 geschachtelt mit Referenzen hinterlegen. Das könnte ja ziemlich kompliziert werden. Ja, wozu verwenden wir jetzt Wikidata? Ich hätte ein paar Vorschläge, wozu wir Wikidata in der OpenStreetMap verwenden könnten. Wir könnten uns zum Beispiel um die endgültige Lösung des Permanent-ID-Problems kümmern. Wenn ich zu einem OpenStreetMap Objekt linke, weiß ich, es ist ein Problem. Objekte werden zuerst mal als Punkt angelegt. Naja, und dann macht aus dem Punkt jemand einen Way, weil er das Gebäude einzeichnet. Ja, und dann kommt jemand darauf, oh, das ist ein Vierkanthof, der hat einen Innenhof. Na, dann macht man doch eine Relation draus. Und somit ändert sich bei uns der Link, dieser eigentlich eindeutige Identifier von einem Objekt. Wir können uns jetzt nicht darauf verlassen, dass jemand den Punkt hier als Eckpunkt hier weiterverwendet, damit man irgendwie noch einen Zusammenhang zwischen den Objekten herstellen könnte. Naja, Idee war mal diese Dinge mit einer ID zu taggen. Na, was nimmt man denn als eine ID? Naja, ich würde vorschlagen, ich nehme ein Wikidata Objekt. Ich lege das Objekt in Wikidata an und die Q-Nummer in Wikidata ist eindeutig. Die wird sich nie wieder ändern. Sollte sich wirklich etwas ändern, kann ich in der Wikidata gleich wie in Wikipedia Redirects machen oder ich kann zwei Objekte merchen. Und somit kann ich auch dann Links auf Objekte verschicken, die sich nicht mehr ändern, selbst wenn sich der Objekttyp ändert. Ich könnte zum Beispiel eine Overpass-Abfrage schreiben. Overpass gibt mir das alle Dinge, die ein Tag Wikidata und die Q-Nummer haben. Selbst wenn sich dann das Objekt aufgesplittet wird, zum Beispiel jemand teilt eine Straße ab, bekomme ich dann nicht mehr eine Straße, sondern ich bekomme alle Straßen, die diesen Tag kopiert hatten. Das heißt, ich bekomme die gesamte Straße, wenn ich das Objekt aufteile. Wozu könnte ich Wikidata noch verwenden? Ich könnte es verwenden zur Übersetzung von OpenStreetMap Objekten. Wir hatten gestern im OpenStreetMap Sonntag schon die kleine Diskussion, was mache ich mit den 100.000 Name Tags auf Städten. In Graz zum Beispiel habe ich den Namen Tag in vielen verschiedenen Sprachen in der OpenStreetMap eingetragen. Wäre es nicht gescheiter für eine Datenbank zu verwenden, die es schon gibt. Es gibt ein Numino, ein Übersetzungstool für OpenStreetMap, da kann jeder Übersetzungen von Objekten eintragen. Aber Übersetzungen von Objekten werden anderswo auch gemacht. Zum Beispiel in der Wikipedia. Wikipedia hat auch jeder Artikel Name in seiner Sprache eine Übersetzung. Wäre es nicht gescheit, eigentlich die Übersetzungen aus der Wikipedia zu verwenden für Städtenamen? Für jede größere Stadt gibt es einen Wikipedia-Eintrag. Verwenden wir bitte gleich Wikidata und verlinken nach Wikidata. Es liegt dann an den Anwendungsprogrammen, sich über Wikidata aus den Wikipedia-Artikelnamen den Namen in dieser Sprache herauszuholen und wir brauchen die Informationen nicht bei uns auch noch eintragen und wir können den Übersetzungsprozess weltweit zentralisieren, auch mit anderen Projekten. Zweites Übersetzungsproblem in der OpenStreetMap Tag Übersetzungen für Editoren. Jeder braucht Übersetzungen von Tags. Was ist ein Highway Residential? Die OpenStreetMap Wissens. Für diejenigen, die das Wort Residential nicht mit Wohnen in Verbindung bringen, wird es sehr schwieriger herauszufinden, was mit diesem Objekt-Typ gemeint ist. Wenn ich diese Key-Übersetzungen irgendwo standardisieren könnte, wäre es doch toll. Denn Apps und Anwendungsprogramme brauchen Übersetzungen. Webseiten brauchen Übersetzungen. Derzeit wird OpenStreetMap.org Webseite mit Translate Wiki übersetzt, zum Beispiel. Die Editoren, IT verwendet Transifex für Übersetzungen. JOSM verwendet Launchpad. BotLedge Translate Wiki. Mit BotLedge konnte ich gar keine Tags übersetzen. Wäre es nicht gescheit, dieses System zu zentralisieren, damit ich nicht für jedes einzelne Anwendungsprogramm auf eine neue Übersetzungsplattform. Ich rede gar nicht von der Arbeit, die hier doppelt gemacht wird. Dazu kommen inkonsistente Übersetzungen. Wir hatten letztens einen Fall, wo jemand die Beschreibung von Highway Track in IT geändert hat, in Deutsch. Es gab einen ziemlichen Schlamassel Aufschrei auf der Mailing-Liste. Da haben wir dann halt Inkonsistenzen zwischen ID, PotLedge, Chosm. Wäre doch wünschenswert, wenn das synchron wäre. Und vor allem neue Tags könnte man dann gleich zum Beispiel auf einer zentralen Plattform übersetzen, damit sie dann auf allen Editoren automatisch übernommen werden. Ja, Wikidata Tags in OpenStreetMap. In OpenStreetMap kann ich Objekte mit Wikidata verknüpfen. Ich kann zum Beispiel einen Platz mit einem Wikidata Objekt verknüpfen. Derzeit sind schon viele Wikipedia Tags in OpenStreetMap gesetzt. Für Wikidata gibt es da ein bisschen mehr, was ich setzen kann. Ich kann zum Beispiel ein Objekt verknüpfen oder eine Eigenschaft des Objekts verknüpfen. Ich kann sagen, okay, von allen Shell Tankstellen setze ich den Operator Doppelpunkt Wikidata auf das Lidl-Objekt in Wikidata. Somit habe ich automatisch alle Übersetzungen dieses Operators oder dieses Betreibers in allen Sprachen aus Wikidata. Und ich kann zum Beispiel, sollte sich der Name ändern, wenn zum Beispiel irgendein Konzern übernommen wird von einem anderen oder sein Wording ändert, brauche ich nicht den OpenStreetMap mit einer Oberpass-Abfrage alle Objekte rausholen und dann vielleicht auch Geschäfte mit erwischen, die nur zufällig gleich heißen, weil es irgendwo ein kleiner Einzelhändler ist, der den Namen von seiner Großmutter übernommen hat. Die würde ich nämlich so blöderweise mit umtacken, wenn ich das automatisch mache. Wenn ich den Wikidata-Eintrag setze, bekomme ich nur alle, die diesen Wert in Wikidata haben. Und ich brauche in der OpenStreetMap gar nichts mehr ändern. Und dasselbe gilt für alles andere. Und Interessant, Name Etymology Wikidata ist zum Beispiel etwas für Wortherkunft. Ich könnte damit ein System bauen, wo ich sage, baue eine Abfrage, gib mir alle Straßennamen, die in diesem Gebiet nach einer Frau benannt wurden. Ich zeige hier auch nicht auf den String Böll, wie ich es in der OpenStreetMap machen würde, sondern ich zeige auf das Objekt von Böll. Und in der Wikidata ist eingetragen, Heinrich Böll ist ein Mann. Frage für die Zukunft ist, die sich da stellt, bei welchen Text macht es überhaupt Sinn, wenn wir den Ansatz Wikidata weiterdenken, Informationen noch als Freitext einzutragen. Ist ja nicht wirklich Maschinen lesbar. Darüber wird die Zukunft entscheiden, was wir in der OpenStreetMap als weiteren Namens- oder Freitext eintragen und wo wir dann Maschinen lesbar auf andere Datenbanken verweisen. Mit welchen Editoren kann ich nun Wikidata-Tags setzen? Ich habe gestern gehört, mit JOSM muss man sie nicht mehr händisch setzen, sondern geht inzwischen über das Wikipedia-Plugin. Wenn bereits ein Wikipedia-Tag gesetzt ist, gehe ich JOSM Menü Daten und sage ein Wikidata-Tag hinzufügen. In ID geht das inzwischen auch schon, da gab es vor zwei Wochen einen Patch dafür. So komme ich von OpenStreetMap nach Wikidata, wenn ich die Sachen verlinke. JOSM zeigt mir auch an, wenn da steht Name Etymology, woher kommt denn dann ein paar Minuten? Ja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.